Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur 19. Vorlesung meiner Reise zum Ende der Welt und es ist die vierte Folge über den Mars. Man soll ja gar nicht glauben, dass man so viele Folgen von Videos machen kann über einen einzelnen Planeten, außer vielleicht die Erde, weil da ganz schön fast los ist. Und der Mars ist aber, wie dieses Bild hier zeige ich ja eigentlich nur eine tote Wüste, so wie die Sahara. Aber ich glaube, über die Sahara könnte man, wenn man genau hinguckt, auch eine ganze Menge Folgen machen. Und auf dem Mars, da gibt es, und darum geht es jetzt in der letzten Folge, möglicherweise doch auch flüssiges Wasser, vielleicht nicht unmittelbar an der Oberfläche. Und natürlich die ganz große Frage, was war in der Urzeit des Mars? Gab es da wirklich Flüsse und Seen oder vielleicht sogar ein Ozean? Und die noch größere Frage, gibt es Hinweise, dass sich damals dann parallel zu dem Leben auf der Erde auch auf dem Marsleben entwickelt hat? Und darum, um diese beiden Fragestellungen, flüssiges Wasser heute, flüssiges Wasser früher, also warmes Wasser und natürlich Leben. Darum geht es heute. Wir sind also im Kapitel 5 Planeten und hängen fest beim ersten Planeten, also unserem Nachbarplaneten, dem ersten Planeten, den ich hier bespreche, nämlich dem Mars. Aber der ist eben wirklich super interessant. Ja, das waren die Fragen. Die ersten zwei habe ich schon beantwortet in der letzten Folge. Überreste und Spuren des Wassers aus der Vergangenheit. Trockene Flussbetten gibt es, eingefrorene Seen haben wir gesehen im letzten Video, versteinerte Deltas. Und es gibt starke Hinweise oder sogar Beweise jetzt da mit so einem Roboter, der da auch wirklich gegraben hat, viel Eis unter dem Staub. Dann die Frage, gibt es flüssiges Wasser heute? Das wollen wir ja heute auch nochmal beackern. Kann es eigentlich nicht geben, weil die Bedingungen bei so niedrigem Druck, flüssiges Wasser müsste ja wenigstens 0 Grad haben oder sowas. Oder ist eben stark salzig. Aber es sollte eigentlich sofort verdampfen wegen des niedrigen Drucks. Das ist ja fast Vakuum auf dem Mars. Ja, aber es gibt diese Dark Recurring Streaks. Darüber habe ich letztes Mal berichtet. Heute also eine Entdeckung, nämlich mit Radar hat man es geschafft, unterirdisches flüssiges Wasser. Und dann eben besonders sensationell, auch erst aus den letzten zwei Jahren, da hat man Hinweise auf eine Entwicklung von frühen Leben gefunden. Kein Beweis, aber ich würde sagen 80% Wahrscheinlichkeit. Und das ist der größte Teil des jetzt kommenden Videos. Denn, also um es nochmal zu wiederholen, wenn sich auf dem Mars auch Leben parallel wie auf der Erde entwickelt hat, dann gibt es überall im Universum Leben. Und das ist dann schon eine Sensation, würde ich sagen. Na gut, und hier nochmal, ich zeige so gerne diese Bilder hier, weil die sind wirklich phänomenal. Der Mars war wohl früher so wie die Erde. Früher heißt vor vier Milliarden Jahren. Hier haben wir einen eingefrorenen See, der noch übrig geblieben ist und der muss eben so alt sein. Aber die Form zeigt, dass das Wasser flüssig gewesen sein muss, als es einfrohr. Oder es gibt eben hier diese sehr ausgedehnten Flusstäler und Deltas hier. Das ist der Farbcode, jetzt lege ich die Höhe. Das ist natürlich alles genochen trocken heute. Aber das sind doch Spuren vergangener Flüsse, die verschwunden sind. Das Riesending hier, das hat von links nach rechts 1600 Kilometer. Oder eben, und darauf werden wir heute nochmal genauer zu sprechen kommen, dieses versteinerte Delta in einem der Krater. Und das ist viel kleiner, es hat so einen Durchmesser von vielleicht 50 Kilometern. Und das ist ja eindeutig ein versteinertes Flussdelta. Und in diesem Gestein, das kommt aber erst am Ende dieses heutigen Videos, da hat eben ein Roboter Bohrungen gemacht und versucht, in den Sedimenten dieses Flusses nach Spuren organischer Substanzen zu suchen. Und die Ergebnisse zeige ich am Ende. Ja, gut. Und das Ganze basiert eben darauf, dass der Marsboot zu Beginn des Lebens oder der Existenz des Sonnensystems wohl feucht und warm war. Und zwar während des Noachiums. Hier oben, das ist der Zeitstrang, rechts ist null, das ist heute. Links ist die Entstehung 4500 Millionen Jahre vor heute, also 4,5 Milliarden Jahre. Und das Noachium ist das Zeitalter um etwa 4 Milliarden Jahre vor heute auf dem Mars, wo man glaubt, dass der Mars also schon von der Lavakugel einigermaßen erkaltet war. Es hat dann geregnet, es gab Meere und Flüsse und Ähnliches in diesem Zeitraum. Und dann ist er vertrocknet. Während des Noachiums war die Marsatmosphäre dichter als heute und das Klima möglicherweise, zumindest zeitweise, warm genug, um Regenfälle zu ermöglichen. Denn es gab Flüsse. Außer die Flussbetten, die wir heute sehen und das Delta, da ist was anderes geflossen. Das werden wir noch sehen. Es gibt einen Mond im Sonnensystem, da gibt es auch Seen und Flüsse, aber nicht aus Wasser. Auf der Südhalbkugel des Mars gab es große Seen und Flüsse und ein Ozean könnte die tiefgelegenen nördlichen Ebenen bedeckt haben. Ja, so dieses Noachium. Und um das Noachium geht es heute. Und dann natürlich mein üblicher Dank an unsere Unterstützer. Ohne euch gäbe es den Kanal nicht mehr. Ich hoffe, dass wir weiterhin auch im Jahr 2024, wir sind zwei Tage vor Silvester, 28. und 29. und 12., dass es dann auch weitergeht. Aber zunächst mal für das Jahr 2023 muss ich mich wirklich bedanken, dass ich hier also weitermachen darf, obwohl die Uni hier nicht mehr beteiligt ist, meine alte Universität Konstanz. Also Paypal, das sind diese beiden E-Mail-Adressen. Da schreibe ich eine Kurznachricht an euch alle, die mir da was überweisen. Oder eben dann gebührenfrei dann diese Überweisung auf eine der beiden Kontonummern hier bei unserer Schweizer Bank in Euro oder in Schweizer Franken. Das sind diese beiden IBANs hier. Ja, vielen Dank an euch, dass es hier weitergehen kann. Jetzt geht es also los mit der Suche nach Wasser, flüssigem Wasser und der Suche nach Spuren vom früheren Leben oder gar heutigen Leben auf dem Mars. Und hier erstmal diese spektakuläre Schlagzeile Liquid Water Found on Mars. Und das ist die ESA, also die European Space Agency im Jahr 2018. Und hier sehen wir, also das ist hier der Link, das ist immer angegeben. Und das ist hier so ein Ding, was offenbar aus dem Orbit das Wasser irgendwie entdeckt hat. Und das hat es mit Radar gemacht. Und da ist das Datum dieser Publikation, 27. August 2018. Und was haben die gemacht? Es geht um den Südpol und hier links sehen wir eine Karte des Südpols. Und da gibt es einen Haufen Sedimente. Ja, und diese Sedimente, also das sind die obersten Erdschichten, bis man schließlich zum Grundgestein kommt, die enthalten relativ viel Eis. Das wissen wir ja schon. Da war ja so ein Graber, der hat so gegraben und bei ein, zwei Zentimeter Tiefe ist er sofort auf eine weißliche Substanz gekommen, die dann sublimiert ist im Laufe der Zeit. Und das ist klar, es muss Wassereis sein. Ja, und dann haben die mit dem Radar so in diesem Viereck hier, das ist der Südpol, also ein bisschen weiter entfernt, aber immer noch bei sehr hohen oder tiefen Breiten, also nah am Südpol, haben die ein Gelände mit Radar untersucht. Jetzt muss man wissen, dass flüssiges Wasser und Eis und natürlich Gestein haben unterschiedliche Radarreflektivitäten. Das ist ungefähr so wie Ultraschalluntersuchungen, wenn man die am eigenen Körper oder am Körper eines Patienten macht, da kann man ja auch in den Körper reingucken, weil an den Grenzflächen zwischen verschiedenen Organen oder gar, wenn man eine Zyste hat oder sowas, da wird, also eine Zyste ist ja auch mit Flüssigkeit gefüllt, die ist eben im Ultraschallbild ganz gut sichtbar, weil an der Grenzfläche, da werden die Wellen, die Ultraschallwellen reflektiert. Und so ist es auch mit den Radarwellen. Und die haben also hier entlang dieser Linie, hier ist es also vergrößert gezeigt, dieses Viereck da, haben die so einen Radarscan gemacht. Also eigentlich eindimensional entlang der Linie haben die geguckt, das Radar, das dringt so und so tief ein, werden wir gleich sehen, wie tief es eindringt. Und wenn Grenzflächen sind, zum Beispiel das Ende dieser Sedimentschichten und dann der Basal Rock, das ist das Grundgestein, dann sieht man da auch eine Reflexion. Also da, man sieht also mehrere Schichten, wenn es mehrere Schichten sind. Ja, und da haben die das hier gesehen, also das obere Schwarz-Weiß-Bild. Es geht ja nur um Intensitäten, man geht also mit Radar runter und wenn man, ich weiß nicht, ob es gepulst ist, auf jeden Fall kann man sich vorstellen, man puls ist und dann kommen mehrere Signale zurück, wenn an höheren oder tieferen Schichten, an so ein Teil der Welle, der Radarwelle reflektiert wird, dann kommt das tiefer reflektierte Signal halt ein bisschen später an. Und da gibt es erstmal die Oberflächtreflexion, da ist also die Oberfläche oberhalb, ist einfach Luft, das ist ja sowieso eine Grenzfläche. Das heißt, das sieht man und dann geht es tiefer runter bis zum Grundgestein, Basal Reflection, die ist dann hier, also hier unten drunter, was so ein bisschen dichter ausschaut. Das ist einfach das Grundgestein, also ja, Grundgestein im Granit oder was auch immer das ist oder auch ein Basalt, also ein vulkanisches Gestein, auf jeden Fall massiv der Untergrund. Und hier sind diese ganzen Ablagerungen, also da gibt es Sedimente. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso gibt es da überhaupt Sedimente? Also Sedimente sind ja typisch für Flüsse oder sowas. Auf jeden Fall sieht man hier also Layered, also SPLD, der rote Pfeil zeigt die Ober- und Untergrenze der Sedimente an und SPLD, da steht im Paper drin, hier unten ist das Original-Paper in Science erschienen, ja, South Polar Layered Deposits, also südpolare geschichtete Ablagerungen. Und man sieht hier diese ganzen Schichten und hier ist es sehr hell und das hat die Aufregung erzeugt. Hell heißt, es ist eine geringe Reflektivität, da kommt also wenig zurück und das ist flüssiges Wasser. Nicht Eis, sondern flüssiges Wasser, meinen diese Leute. Die Tiefe hier, die sieht man hier auch, ach nee, das ist Two-Way-Wave-Time, das ist die, ja gut, die Tiefe muss man ausrechnen, wenn man die Radargeschwindigkeit im Medium kennt, aber die ist natürlich sehr hoch, das dürfte in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit sein. Das heißt, das kann man umrechnen, also hier 130, 140, 150, 160 Mikrosekunden ist also eine Zeitmessung, die man aber in Tiefe umrechnen kann. Das sieht man jetzt hier leider nicht. Also hier in einer bestimmten Tiefe hat man so ein helles Signal und da kommt also sehr wenig zurück und da ist man der Meinung, dass flüssiges Wasser eben besonders gut durchlässig ist für das Radarsignal. Und daraus haben die das geschlossen. Und dann haben sie hier noch eine genauere Analyse gemacht, der Uncalibrated Power, das ist also die Reflektionspower und da wurde sehr viel hier reflektiert in diesem Bereich hier und das ist da, wo die blaue Linie über die rote Linie hinweg geht. Das ist das Oberflächensignal und das ist die Base auf CESB, also das ist die Basisreflektion, die ist sogar stärker hier. Und dieser Vergleich zwischen den Reflektionsstärken, also wie viel kommt zurück, und eben dem Zeitsignal, das hier ist ein Zeitsignal und hier wird die Intensität ausgewertet, da meinen sie, dass die blaue Kurve hier, die oberhalb der roten ist, dass das ein Indiz dafür ist, dass es wirklich flüssiges Wasser ist. Also eine besonders starke Reflektion, also ein flüssig-fest-Übergang wäre es. Und das wäre ein Indikator dafür, dass das hier was Besonderes ist. Und das haben sie eben nur an dieser Stelle gefunden, zumindest bei ihrem Scam. Und das ist schon ein Hinweis darauf, das ist also in einer gewissen Tiefe, das kann man aus den Mikrosekunden jetzt ausrechnen hier, 100 Mikrosekunden, da sind wir schon bei 30 Zentimeter, das ist eine Nanosekunde. Da kann man jetzt eine Weile rechnen, da sind wir schon ganz schön tief dann. Okay, und es ist aber einleuchtend, wenn wir in diesen Ablagerungen, in diesen Schichten, einen hohen Anteil von Eis haben. Und wir gehen immer tiefer, da wird es ja auf der Erde, aber auch auf dem Mars natürlich immer wärmer, weil je tiefer man kommt, dass die geothermische, die, wie heißt diese, also diese geologische Tiefenstufe auch auf der Erde, wenn ich da tiefer runtergehe, ich glaube 1 Kilometer sind 30 Grad Erwärmung. Und das haben wir hier natürlich auch, vielleicht nicht so stark, weil der Mars ist eben ein bisschen kleiner und mehr ausgekühlt, aber jedenfalls nach unten wird es wärmer. Und dann kann es dann schon sein, dass wir da in eine Zone kommen, wo das Eis eben Grundwasser ist. Das ist also eine grundwasserführende Schicht aller Wahrscheinlichkeit nach, mit so einem relativ hohen Wasseranteil. Und das ist nach Meinung hier dieser Radarauswertung flüssig. Ja, das heißt also, es muss einigermaßen warm sein. Was aber eigentlich jetzt nicht so erstaunlich ist, weil tief in der Erde, wenn wir tief genug runtergehen, also ein Kilometer oder so, oder auch nur ein paar hundert Meter, da haben wir ja auch flüssige Grundwasserschichten. Genauer gesagt, ist das Grundwasser ja nur da nicht flüssig, wo wir Permafrostboden haben. Ja, hier ist natürlich alles Permafrost, außer da, wo wir tief genug sind. Dann müsste es ja warm genug sein. Hier also ein Hinweis, große Aufregung, flüssiges Wasser in dieser Tiefe. Ob dann da Leben entstehen kann, das kann ich jetzt nicht sagen, weil da fehlt ja Sonnenlicht und alles Mögliche. Aber immerhin flüssiges, einigermaßen warmes Wasser. Wir hatten das ja auch auf dem Mond, dass wir da eine Höhle hatten, so eine Lava-Höhle, die immer diese plus 17 Grad hatte, egal ob Tag oder Nacht, jedenfalls nach Aussage dieser Papers. Da haben sie gleich gedacht, das ist so ein prima Ort, um da eine Mondsiedlung anzulegen, weil man nicht das Problem der Temperierung hat. Also tagsüber müsste man massiv kühlen und nachts dann massiv heizen, aber nicht in dieser Höhle. Und so ist es hier vielleicht im Untergrund mit dem Wasser auch. Ja, das war es. Also, das war das Einzige, was ich gefunden habe, neben diesen seltsamen dunklen Streifen. Das Einzige, was ich gefunden habe, als Hinweis auf die Existenz von flüssigem Wasser heute auf dem Mars. Aber wir haben natürlich viele Indizien, dass es in der Urzeit des Mars eben das Flüsse und Seen an der Oberfläche gegeben hat. Und jetzt wollen wir wissen, ob es eigentlich Hinweise darauf gibt, ob es da mal Leben gegeben hat, zu der Zeit, als es noch schön warm und feucht war. Und da fangen wir hier mal an. Organische Verbindung. Und da gibt es einen Review-Artikel aus dem Februar 2023 von diesem einen Autor. Wo steht er denn? Hier unten ist er. Arif Ansari. Der hat das mal zusammengestellt, was bisher diese verschiedenen Roboter und Sonden und Rovers hier auf dem Mars unterwegs waren, was sie bisher herausgefunden haben. Und auf der Suche nach organischen Verbindungen heißt, es müssen eigentlich Länder sein. Also aus dem Orbit das herauszufinden, das halte ich für ein bisschen schwierig, mit spektroskopischen Methoden vielleicht. Aber eigentlich muss man dann auf dem Boden runter und irgendwie bohren am besten. Und gucken, ob man da organische Moleküle findet. Und das hier ist ein Review-Artikel aus dem Februar 2023, wo das zusammengestellt wird. Detection of organic matter on mass results from various mass missions, challenges and future strategy. Also die Herausforderung und die zukünftige Strategie wird hier auch behandelt. Also ich habe hier nur eine Tabelle, die ich jetzt gleich zeigen werde, von den Ergebnissen, die bisher erzielt worden sind. Und das ist diese Tabelle hier. Da werden also die verschiedenen Länder, die also gelandet sind, einige mobil, andere nicht mobil, und deren Daten, die versucht haben, also Bodenproben zu analysieren. Es geht natürlich nur vollautomatisch, ja, ferngesteuert, und die Analysen sind entsprechend begrenzt. Ja, und dann haben wir hier also die verschiedenen Sonden. Das ist Wiking, das ist schon lange her hier. Die Wiking, die haben also hier, Wiking hat No Trace of Hydrocarbons gefunden. Dann haben wir hier eine Re-Analyse, eine Wiederanalyse, also eine nochmalige Analyse, 2010 von Wiking, das ist von 1978. Die selben Daten von Wiking, ich glaube, die ist nicht gelandet, die ist ja vorbeigeflogen. Die haben gesagt, dass es 0,7 bis 6,5 großer Fehlerbalken, PPM Organic Carbon in den Proben oder den Untersuchungen von Wiking gegeben hat. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob Wiking ein Länder war. Jedenfalls steht da Wiking. Ja, gut. Also hier eine Wiederanalyse hat ergeben, dass doch ein bisschen organischer Kohlenstoff, also organische Kohlenstoffverbindungen drin sein können in diesem Paper hier aus 2010. Dann gehen wir auf 2008, das ist Phönix. Der ist auch gelandet und der hat Pyrolyse gemacht. Und hier steht No Trace of Hydrocarbons. Das ist dieses Paper hier aus 2009. Da war große Enttäuschung. Dann haben wir hier Curiosity und da zeige ich gleich ein paar Originaldaten. In Curiosity werden wir ein Stück begleiten und schließlich auch Perseverance. Also das ist die ganz große Aufregung, ganz unten, das Neueste. Aber Curiosity 2011 begann diese Mission hier und da haben wir jetzt verschiedene Papers. Und hier hat dieser Rover, der konnte sich bewegen, Curiosity, der hat also einen Haufen Zeug gefunden. Chlormethan, Dichloromethan, Trichloromethan und so weiter. Dimethylsulfid und so weiter. Benzoic Acid, Menthan, Etiol und hier gibt es Trimethyl, Entetramethyl, Benzin und so weiter. Ein Haufen Verbindungen hat hier dieses Curiosity gefunden. Und das sind alles Verbindungen, die ganz schön riechen. Und wenn wir das mal als Indikator nehmen, das sind organische Verbindungen. Also wirklich Organic Molecules. Haufenweise. Also Curiosity hat wirklich welche gefunden. Das hängt natürlich auch davon ab, ob man gute Analysengeräte ferngesteuert hat. Und dann haben wir hier Perseverance 2020. Da sind wir also fast heute angekommen. Und das sind die Methoden hier. Also Curiosity hat Pyrolyse hauptsächlich gemacht. Das heißt, man macht es heiß, dann kommt irgendwas ausgegast und versucht das zu analysieren. Also durch Pyrolyse erhitzen und zersetzen. Da sieht man hauptsächlich Fragmente. Wenn vorher größere organische Moleküle drin waren, man erhitzt es, dann werden da Fragmente abgebrochen von den Molekülen, die leicht flüssig sind. Und hier haben wir Deep Ultraviolet Fluorescence. Das hat Perseverance genutzt. Und dann zeige ich auch ein paar Originaldaten. Und zusätzlich Rahman Spektroskopie. Also richtige Spektroskopie hat Perseverance, also ein Rover, benutzt. Und der hat was gefunden. Also hier unten wurde es dann, also ab 2010, da wurden dann doch mit den etwas weiter fortgeschrittenen, automatischen Analysenmöglichkeiten dieser modernen Marslander, die dann übrigens auch gebohrt haben, da wurde dann wirklich was gefunden. Allerdings, das sind jetzt keine wirklichen, ja, das sind keine Eiweißsubstanzen oder sowas, sondern es sind nur Moleküle, die man als organisch bezeichnet, weil sie konjugierte Kohlenstoffe oder sowas, diese Bindungen haben. Ja, es ist jetzt noch nicht wirklich ein Zeichen von Leben, aber doch Sachen, die man auf toten Planeten so eigentlich nicht erwarten würde. Ja, das ist die Übersicht hier. Also gerade in den letzten zehn Jahren und erst recht durch Perseverance in den letzten drei Jahren, hat es da riesige Fortschritte und eine gigantische Ermutigung gegeben. Ja, jetzt machen wir mal Curiosity. Also das werde ich jetzt ein bisschen länger behandeln. Curiosity und Perseverance. Das sind beides mobile Viecher. Und Curiosity hat im Gale-Krater, und der ist hier, das ist wieder die Karte, habe ich schon ein paar Mal gezeigt, das ist die gesamte Mars-Oberfläche, die Kugel, also einfach plattgerollt. Und hier haben wir einen Krater und dieser relativ großer Krater, da ist Curiosity eben gelandet und hat den Untersuchung. Das ist der Krater. Die Farben sind jetzt nicht grün, dass das Sumpfgebiet ist und schön mit Pflanzen bewachsen, sondern es kodiert lediglich eine Höhe. Es ist einfach nur ein Wüstenkrater. Aber man meint, dass da, wo es am tiefsten ist, in dem blauen Bereich, das ist also minus 4.500 Meter gegenüber dem Nullniveau des Mars, also tief unten, dass da zum Schluss vielleicht immer noch, also vor 4.000 Millionen Jahren, dann noch ein bisschen Wasser war. Und Curiosity wurde also am 26. November 2011 gestartet. Weiß umrandet ist eben das Landegebiet. Das ist Aeolis Paulus, die Krater-Ebene des Gale-Kraters. Ja, das ist klar, das ist der tiefste Punkt. Da ist man ja Meinung, dass da vielleicht eben noch lange irgendwie ein bisschen Wasser oder Sumpf übrig geblieben ist. Aber es ist natürlich in jedem Fall viele, viele Millionen Jahre her. Und dort hat Curiosity eben Analysen durchgeführt. Und ich lese diesen Text mal vor. Die wesentliche Information steht hier unten, die nehme ich mal gleich vorweg. Thiophene, Methylthiophene, Methanthiol und Dimethylsulfid hat Curiosity nachweisen können. Und Dimethylsulfid, ja, es ist kein kompliziertes Molekül, aber es ist ein Indiz für die Existenz von bakteriellem Leben oder auch überhaupt Leben. Curiosity beprobte Orte, in denen es 5 cm unter der Oberfläche im Gale-Kater bohrte, wo der Rover 2012 landete. Der 96-Meilen-Krater entstand wahrscheinlich durch Meteoreinschläge zwischen 3,5 und 3,8 Milliarden zuvor. Das wäre also am Ende dieser Zeitspanne, in der man meinte, dass der Planet Mars einigermaßen bewohnbar war. Also kein Sauerstoff, okay, aber jedenfalls einigermaßen warm und feucht war. Ja, 3,5 bis 3,8 Milliarden Jahre. Wahrscheinlich befand sich dort ein See. Der Rover konnte die Proben erhitzen und die freigesetzten organischen Moleküle durch Gasanalyse untersuchen. Das ist diese Pyrolyse. Und da kann man sowieso keine komplexen organischen Moleküle nachweisen, weil die die Erhitzung nicht überstehen, sondern sie fragmentieren, zerbrechen und man findet die typischen Fragmente von Eiweiß- oder organischen komplexen Verbindungen. Und das sind eben genau diese einfacheren Moleküle. Es sind Bruchstücke, also möglicherweise Bruchstücke von viel komplexeren Verbindungen, die in der Originalprobe enthalten waren. So die Interpretation. Ist aber nicht sicher. Zu den organischen Molekülen und flüchtigen Stoffen vergleichbar mit Sedimentgesteinsproben auf der Erde, die reich an organischen Stoffen sind, gehören Thiophene, Methylthiophene, Methanthiol und Dimethylsulfid. Die Forscher glauben, dass Thiophene wahrscheinlich mit der Existenz von Leben auf dem Mars in seiner antiken Vergangenheit übereinstimmen oder darauf hinweisen. Also ein bisschen komische Übersetzung. Der Originaltext ist natürlich Englisch. Thiophene weisen wahrscheinlich auf einen biologischen Prozess hin, an dem Bakterien beteiligt sind. Und was anderes als Bakterien können wir da sowieso nicht erwarten, weil auf der Erde hat die Entwicklung höheren Lebens viele tausend Millionen Jahre gedauert. Es ging ganz lange nur mit Bakterien und Einzellern. Und erst ganz spät kamen dann Vielzeller, erschienen auf der Bühne der Erde. Also wenn überhaupt, dann kann es ein bakterielles Leben in dieser frühen Phase auf dem Mars gegeben haben. Und darauf lassen eben diese Bruchstücke, die bei der Pyrolyse freigesetzt werden, Bruchstücke von organischen Molekülen, die möglicherweise vorher in der Probe drin waren, das weiß man nicht, wir sehen nur die Bruchstücke, die weisen darauf hin. Jetzt muss man allerdings auch noch bedenken, das ist ja urlange her. Ja, und selbst wenn wir vorher so ein Bakterium da hatten, das ist ja versteinert. Und dann haben wir noch diese kosmische Strahlung, da ist ja eben keine Atmosphäre oder nur sehr wenig Atmosphäre. Wir haben die starke UV-Strahlung, sodass man sowieso bloß, wenn man Bord eine Chance hat, ein paar Zentimeter wenigstens unten drunter, überlebende komplexe Verbindungen finden kann. Alles andere an der Oberfläche wurde zumindest durch die harte UV-Strahlung der Sonne in diesen Jahrmillionen einfach gekrägt. Die Bindungen werden zerbrochen und übrig bleiben ganz einfache, anorganische Moleküle. Ja, also vielleicht einfach einer Kohlenstoff. So ist es. Ja, aber das ist sehr ermutigend, dass Sie hier trotz der langen Zeit und den schlechten Bedingungen mit ein bisschen Bohren schon in eine Tiefe kommen, wo Sie Theophene finden. Ja, und hier ist also eine lange Abhandlung. Die kann jeder, der sich dafür interessiert. Gibt es Hinweise auf Leben, auf dem Mars? Ja, gibt es. Also vergangenes Leben. Und wie schlagkräftig sind diese Hinweise? Können wir da sagen, es ist sicher oder vielleicht? Oder ist es eher unwahrscheinlich? Oder ist es nur Wunschdenken? Und das ist hier ein Paper, erschienen in, wo ist es denn? In Astrobiology, Astrobiologie. Und ist vom 25. März 2020. Theophenes on Mars. Biotic or Abiotic Origin. Also da wird diskutiert, inwieweit könnten sie auch nicht biologischen Ursprungs sein, diese Theophene, die man gefunden hat. Und hier gibt es also eine lange Abhandlung. Es wird überlegt, wo finde ich denn auf der Erde? Mit derselben Analysenmethode Theophene. Das ist zum Beispiel eben in bestimmten, also Sedimentgesteinen, die einen hohen organischen Kohlenstoffanteil haben. Also zum Beispiel erdölführende Gesteine oder sowas. Und da finde ich die, aber man findet sie eben auch in vollkommen unbiologischen Sedimentgesteinen. Aber es ist dann sehr wenig und sehr unwahrscheinlich. Also eher in typischer Weise, also Kerogen zum Beispiel, also bestimmte Sedimentgesteine, die also organischen Ursprungs sind auf der Erde. Also oder einfach im Kohleflöz. Ja, da finde ich diese Verbindungen eben auch. Als Fragmente der Pyrolyse organischer größerer Verbindungen. Ja, aber es ist hier eine Analyse. Und ich hatte, also ich habe es mir durchgeguckt, ich hatte das Gefühl, also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Theophene auf dem Mars tatsächlich von viel größeren organischen Substanzen kommen, aus denen dann Bakterien bestanden haben könnten, die liegt auf jeden Fall oberhalb von 50%. Aber es ist eben nicht sicher. Es ist ein Hinweis, ein starker Hinweis. Also wenn sie sie nicht gefunden hätten mit der Pyrolyse, dann wäre das schlecht. Dann gibt es eben kein Leben auf dem Mars. So rum haben sie was gefunden und mehr hätten sie mit der Pyrolyse sowieso nicht finden können. Und das war sozusagen das Minimum oder Maximum auch, was man mit dieser Analysenmethode ferngesteuert überhaupt erwarten kann. Also wenn es Leben auf dem Mars gibt, dann muss man mit dieser Methode Theophene und ähnliche Verbindungen nachweisen können und das hat man. Aber es ist leider nicht in einer anderen Richtung eindeutig. Wenn man die nachweist, dann heißt das nicht, dass es eindeutig Leben gibt. Aber es ist ein starker Hinweis. Naja, und jetzt kommen wir zu einer anderen Sonde, die ein bisschen jüngeren Datums ist. Das ist Perseverance. Perseverance. Ja, ein bisschen schwieriges Wort. Und die Perseverance ist gelandet im Jezero-Krater. Und das war 2020. Warum wieder ein anderer Krater? Also wir erfahren vorhin hier irgendwo, wo war der Krater? Ich glaube dieser hier und jetzt sind wir in dem Krater. Der ist so klein, den sieht man hier nicht auf dieser Krater. Aber da, wo der Fall hinzeit, ist er ungefähr. Was ist das Besondere an diesem Krater? Erzähle ich gleich. Erstmal das Nature, die Nature-Publikation vom 12. Juli 2023. Ist also ein halbes Jahr alt. An in situ search for organic molecules in Mars Jezero-Krater. Und das ist hier Nasas beweglichstes Viech. Das kann also ferngesteuert durch die Gegend fahren. Hat vier Räder. Perseverance rover. Ist also ein Rover. Also geländegängig. Und er hat dieses Analysending, das heißt Sherlock. Das kann Rahmanspektroskopie, Fluoreszenz machen. Und es kann außerdem noch eine Elementanalyse machen. Aber nur nach der elementaren Zusammensetzung, soweit ich das verstanden habe. Und hier steht im Abstract bei dieser Publikation hier, das ist eine übergeordnete Publikation, nicht das Originalpapier in Nature. Das ist hier. Das ist hier unten, ist der Link. Das ist also ein langes, langes Ding. Ja, das Paper kann man richtig lesen. Aber das ist eine Zusammenfassung der Herausgeber von Nature. Die haben sich für einige Artikel, die sie besonders wichtig erachten, schreiben Sie noch einen Hinweis an die Leser. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich aufregend. Und das ist dieser Hinweis hier. Und hier steht im Abstract, Signatures from these samples are consistent with the presence of organic molecules and together with the earlier measurements, die habe ich gerade gezeigt, Curiosity zum Beispiel, could constitute the first in situ detection of organic molecules of another planet. Also sie meinen, also es steht immer noch could, also könnte, nicht ist, sondern könnte. Aber sie meinen, dass jetzt zusammen mit den älteren Messungen ein Level von Konfidenz, also von Überzeugungsarbeit erreicht ist, wo wir bei 80, 90 Prozent dann vielleicht liegen, dass da wirklich organische Substanzen dort gefunden worden sind aus dieser Frühphase des Mars. Und wenn das organische Substanzen sind, die bedingen ja irgendwie einen Zusammenhang mit frühem Leben. Das heißt, mit 80, 90 Prozentiger Wahrscheinlichkeit kann man mit diesen Daten, die ich jetzt gleich noch genauer zeigen werde, kann man sagen, es hat sich wohl unabhängig von der Erde, also kann man mal hoffen, also vielleicht hat die Erde auch den Mars infiziert durch irgendwelche Meteoriten, die auf der Erde rausgeschlagen worden sind und dann zu Mars geflogen sind, aber ziemlich unwahrscheinlich. Aber wahrscheinlicher ist eine Parallelentwicklung dann, solange der Mars auch einigermaßen warm und feucht war. Na gut, also hier, die Hausgeber von Nature halten das schon für eine aufregende Sache, von Perseverance zusammen mit den Curiosity-Daten und den anderen Daten. Ja, warum dieser merkwürdige Jezero-Krater? Das ist er hier, ist eine viel größere Aufnahme, ist nicht so groß, aber die Bildvergrößerung ist groß. Und hier sehen wir schon, warum. Weil fließt ein Fluss durch oder es floss ein Fluss durch. Die Farben sind wieder bloß höher. Also das hier sieht doch sehr nach einem Abfluss aus und hier links haben wir einen Zufluss. Und wenn wir den Zufluss hier mal genauer angucken, diesen Bereich hier, das ist unser Delta, was ich schon ein paar Mal gezeigt habe, weil ich über dieses Delta so begeistert war. Das ist das Delta hier, das ist der Zufluss. Hier ist dieses Delta, was ich glaube, ich habe es in allen drei vorherigen Maßfolgen gezeigt, weil dieses versteinerte Flussdelta, und das ist ein versteinertes Flussdelta, das hat mich wirklich total begeistert. Und man muss jetzt bedenken, dass all das hier aus der Phase stammt vor 4000 Millionen Jahren, also sehr, sehr alt ist. Es gibt andere Bereiche der Oberfläche des Mars, die sind nicht so alt und die haben dann natürlich keine Flussbetten und sowas alles. Da gibt es ja auch Vulkanismus auf Mars oder gab es. Aber hier, das ist also nicht über diesen langen Zeitraum von Lava übergossen worden oder sonst was, sondern wir haben hier diese alten Sedimentgesteine, die dann hier mit so einer Abrisskante irgendwie abreißen und hier haben wir dann einen ganz alten Boden des Kraters, ganz alt, weil hier lauter kleine Einschläge sind. Also man kann die Zahl der Einschläge pro Quadratkilometer oder so zählen und kriegt dann auch eine Altersinformation. Aber das hier sind Ablagerungen. Und dort wollten sie mit ihrem Rover hin. Die wollten die Ablagerung von dem Delta untersuchen. Das machen wir jetzt mal. Wir begleiten jetzt mal diesen Rover mit diesem schwierigen Namen Perseverance. Wir begleiten den auf der Suche nach Leben. Und er hat diese Brocken, die da rumliegen, angebohrt und mit Fluoreszenz und Rahmanspektroskopie untersucht. Also ist schon eine tolle Sache. Ja, das ist also der Landeplatz, da haben sie auch einen Namen genommen, Octavia E. Butler Landing. Das ist eine Forscherin, die da wohl irgendwie sehr wichtig war, zumindest für diese ganze Entwicklung dieser NASA-Aktivitäten. Und hier ist das Ding gelandet. Die können den jetzt nicht so super genau steuern, wo er landet. Der kommt ja an so einem Fallschirm runter. Aber sie wollten auf jeden Fall nicht in diesem hügeligen Gebiet des eigentlichen Deltas landen, sondern in diesem sehr flachen Bereich des Kraterbodens selber. Das ist also dieser sehr alte Kraterboden. Hier sieht man auch ganz viele alte, kleinere Einschläge. Das ist also ein uralter Felsgrund, der also viele tausend Millionen Jahre da so ungeändert blieb. Und da sitzt er jetzt. Interessant ist hier links oben das Sedimentgestein von dem Delta. Das ist also hier, ich gehe nochmal zurück. Was wir hier sehen, ist dieser Bereich. Moment mal, ich glaube, der ist hier. Irgendwo ist das Ding gelandet. Und wir sehen auf dem vergrößerten Bild diese Kante hier. Das ist diese Kante hier von den Sedimentgesteinen des Deltas. Ja, das heißt, der Rover ist ja beweglich. Der muss jetzt da hingurken und da bohren und gucken, was er mit Fluoreszenz und Rahman sehen kann. Auf der Suche nach organischen Substanzen. Und hier in dieser Richtung ist er auch mal gefahren, hier entlang dieser merkwürdigen Zunge. Das war der Ausflug nach Süden und dann eben der Ausflug nach Nordwesten. Zwei verschiedene Ausflüge mit verschiedenen Bohrungen. Und zur Fluoreszenz möchte ich mal sagen, dass wir kennen Fluoreszenz, was das ist. Und zwar, wenn man was mit UV bestrahlt, zum Beispiel in der Disco mit Schwarzlicht, ein weißes Hemd, dann fängt das an zu leuchten. Das heißt, es absorbiert diese Strahlung im Ultravioletten, die wir nicht sehen können und konvertiert die Strahlung in sichtbares Licht und emittiert das sichtbare Licht wieder. Deswegen ist so ein weißes T-Shirt, wenn es mit Weißmacher gewaschen ist, der Weißmacher, der fluoresziert eben genau. Und bestimmte Gesteine fluoreszieren auch, aber besonders typisch Fluoreszenz ist für organische Substanzen. Deswegen kann man mit einer Schwarzlichtlampe eben auch, meinetwegen bei kriminaltechnischen Untersuchungen, da kann man Blut finden und sowas alles, soviel ich weiß. Das fluoresziert eben. Organische Substanzen fluoreszieren. Allerdings dummerweise auch ein paar nichtorganische, also anorganische Substanzen, aber bei anderen Frequenzen, also die leuchten in anderen Farben. Gut, also jetzt mal begleiten wir hier diesen Rover, der hier gelandet ist und der wird erstmal hier runterfahren und dann hinterher nach oben wirklich zu den Sedimenten. Und das ist die Fahrt hier nach Süden. Hier ist er also gelandet und jetzt fährt er hier runter. Da ist also so eine merkwürdige Grenze zwischen so einer Erhöhung und hier ist so ein Tal. Der fährt also im Tal entlang und hier fährt er mal hoch auf die Erhöhung. Und überall da, wo diese lustigen Namen drangemalt sind in verschiedenen Farben, hat er gebohrt. Oder beziehungsweise auch nicht gebohrt und einfach an der Oberfläche seine Messungen durchgeführt. An der Oberfläche ist ein bisschen dumm, weil da ist ja die ganze Zeit das UV-Licht von der Sonne drauf gestrahlt und da müssten eigentlich alle organischen Substanzen kaputt gegangen sein. Also das Bohren ist das Interessante und jede Bohrstelle hat hier einen so farbenprächtigen Namen. Also Montpezat oder Bellegrat oder so weiter. Ja, das sind die Bilder und zwar sehen wir hier links die von drei solchen Stellen jetzt, nur die in dem Bogen rum. Also hier ist wieder dieser Bogen, hier oben war der Lenner und der ist dann da rumgefahren und hat also 3, 2, 1 abklabastert. Und wir sehen hier einen solchen Felsen hier, Garde, Target, also da hat er gebohrt und hier sieht man, wenn man genau hinguckt, also eine Bohrung. Hier ist Gullioms, da sieht man auch die Bohrung. Der bohrt also da mit so einem Bohrer, so ein relativ großer Durchmesser, 5 cm, bohrt er eine bestimmte Tiefe, 1, 2 cm und macht dann seine Fluoreszenzuntersuchung. Oder er nimmt eine Probe und dasselbe bei Bellegrat, das ist dieser bläuliche Felsbrocken. Und das sind die Bohrungen, also aufgebohrt und wir sehen die frisch aufgebohrte Oberfläche. Und dann hat er da die Messungen gemacht. Ja, und ich zeige jetzt nicht die Originalfluoreszenzspektren, die zeige ich gleich bei dem Ausflug zum eigentlichen Delta. Aber hier sehen wir das, was in Nature eben publiziert worden ist. Hier geht es nämlich nur um die Anzahl von Fluoreszenznachweisen. Das sind also einzelne winzige Krümel in dieser Sedimentgesteinsprobe, die aus vielen verschiedenen, unterschiedlichen Mineralien gemischt, so typisches, ja wie Granit, besteht ja aus verschiedenen Mineralien, aber einzelne Punkte fluoreszierten. Und das ist hier die Number of Fluorescence Detections. Und das sind die verschiedenen Bohrungen. Ich hatte hier Bellegrat und Guglion genannt und dann gibt es noch ein paar andere. Wir gehen nochmal zurück hier, das ist Guglion, Montpezat und Bellegrat sind die Blauen. Und die Blauen hier in diesem Zahl, was hier nach Nordwesten geht, die haben sehr hohe Anzahl, hier 300, 400 und dieser ein bisschen weniger, 150 Anzahl von Fluoreszenzdetektionen. Das heißt, es hat fluoresziert. Ja, jetzt kann es auch aus anorganisches Material fluoreszieren, zum Beispiel wenn man seltene Erden da drin hat oder sowas, die fluoreszieren eventuell bestimmte Verbindungen. Aber da muss man sich eben angucken, wie sieht denn das Fluoreszenzspektrum aus? Also man kann die Farbe, also die spektrale Zusammensetzung des Fluoreszenzlichtes analysieren. Und bei Grün hier oben, da haben sie nichts gefunden, also fast nichts. Und Rot, das sind welche, da wurde nicht gebohrt, die sind an der Oberfläche. Da hat das also ohne Bohren einfach die Oberfläche angeguckt, da ist nichts. Also ganz wenig. Da ist ein Stern dran, das steht jetzt irgendwo, das ist vielleicht hier weiter unten. Der Stern an den Roten heißt, es wurde nicht gebohrt, sondern es wurde direkt die Oberfläche angeschaut mit den Messmethoden und hat es nicht fluoresziert. Das ist aber auch zu erwarten, weil eben über die langen Jahrmillionen der UV-Strahlung, wenn die Ursache der Fluoreszenz organische Materialien sind, dann gehen die kaputt an der Oberfläche. Also man muss bohren. Und besonders aussichtsreich waren die Dinger hier in diesem blauen, in dieser Vertiefung. Gut, also das war einfach die Fluoreszenzintensität oder die Vielzahl der fluoreszierenden Körner in diesen Proben. So habe ich es jedenfalls verstanden. Jetzt machen wir unseren Ausflug nach Nordwesten und zwar zu unserem Delta. Wir haben hier nochmal, das ist jetzt hier alles auf der Homepage von der Perseverance-Mission, wir sehen hier das Delta, da ist der Zufluss und wir sehen hier ungefähr, ich glaube hier war der Landeplatz oder hier, ich glaube hier war der Landeplatz, genau, hier ist das Ding gelandet. Und jetzt machen wir einen Ausflug hier um diesen Hügel herum, weil er muss ja auf glattem Gelände fahren und fährt hier zum Ende dieser Sedimentgesteine. Hier ist es vergrößert dargestellt, wir kommen also mit dem Rover jetzt hier hin und sehen im Norden Erhöhungen, das ist der Rest dieser Sedimentgesteine von diesem Delta. Das sind also Flussablagerungen aller Wahrscheinlichkeit nach und da gibt es auch mehrere solche schönen Namen, wie zum Beispiel Hazeltop. Das ist eine so eine Bohrstelle. Hier ist jetzt eine Aufnahme gemacht mit Highrise, hatte ich ja schon erwähnt, das ist dieses hochauflösende Orbitalgerät, was also Satellitenaufnahmen mit sehr hoher 30 cm Auflösung machen kann. Und hier ist eingezeichnet der Weg, den Perseverance genommen hat und hier ist er also hochgeklettert auf diese Ausläufer dieser Sedimentgesteine von dem Flussdelta. Das ist dieses etwas hellere Gestein und da gibt es die Wildcat Ridge, da gibt es eine Bohrung und dann hier Hawk Wallow Flats und dann hier Betty's Rock. Also zwei Bohrungen sind hier besonders ausgezeichnet, Hazeltop und Betty's Rock. Das ist von oben. Und der Rover selber, Perseverance hat auch Fotos gemacht, jetzt muss ich mal ein bisschen zur Seite gehen hier. Also wir sehen hier Betty's Rock und Skinner Ridge, das sind so bestimmte Gesteine. Ich glaube, da hat er Proben entnommen und hier haben wir die Oberkante Upper Rocky Top von diesen Sedimentablagerungen des Flussdelta. Das ist deutlich höher als der eigentliche Boden des Kraters, der wäre hier links. Und die haben immer so schöne Namen. Und eigentlich sah man hier auch irgendwo, ah hier, Wildcat Ridge ist ganz links unten. Hier sieht man die Bohrung. Es ist einmal eine Bohrung und einmal nur so ein bisschen angebaggert. Er hat zwei Löcher, da hat er schon jetzt, das Foto ist entstanden, als er auf Wildcat Ridge, an dem Felsen, der da im Boden zu sehen ist, da hat er schon die Proben entnommen. Und so sieht es dann in hoher Auflösung aus. Das ist also eine hohe Auflösung Wildcat Ridge. Hier hat er also einmal reingebohrt und hier tief reingebohrt. Also da geht es sich, glaube ich, 10, 20 Zentimeter tief rein. Und die andere Bohrung ist nur die Oberfläche. Und hat also da Samples entnommen. Also nimmt auch bei der Tiefbohrung, nimmt da richtig ein Stück Bohrkerne heraus. Und hier macht er nur die Oberfläche, also säubert es sozusagen, weil in der Tiefe, vielleicht Zentimeter tief oder so, da kann man hoffen, dass da organische Substanzen überlebt haben. Also das ist jetzt Wildcat Ridge nahe, oder das gehört schon das helle Gestein, zu diesen Flussablagerungen. Ja, jetzt kriegen wir also ein Fluoreszenzspektrum von diesen Flussablagerungen. Fluss, das war wirklich ein Fluss. Allerdings vor 4000 Millionen Jahren hat da irgendwas überlegt. Das ist jetzt also nicht Pyrolyse, sondern eine optische, spektroskopische Methode. Und an den Spektrallinien kann man eigentlich ein bisschen erkennen, um was es sich handelt. Das sind die Daten. Ich kann jetzt hier nicht jedes Detail erklären. Es ist Rahmanspektroskopie und ein paar andere Sachen noch dazu. Aber das sind die Fluoreszenzspektren. Also hier sieht man zwei große Peaks. Fluoreszenz-Doublet at 303 und 325 Nanometern. Jetzt muss man Spezialist sein für die Detektion mit Fluoreszenz von organischen Materialien, damit einem das was sagt. Oder damit man auch sagen kann, naja, das ist jetzt wirklich eventuell doch anorganischen Ursprungs. Aber hier steht drunter, two distinct fluorescence peaks consistent with aromatic compounds. Also aromatische Verbindungen. Das sind solche Ringe im Kohlenstoff wie Benzol oder sowas. Also sie meinen, dass diese Fluoreszenz, also diese Frequenzen hier, also das ist das Spektrum der Fluoreszenzstrahlung, also quasi die Farbverteilung, dass das konsistent ist mit bestimmten aromatischen Verbindungen. Ja, und das ist eigentlich ganz schön aufregend, ja. Also hier steht immer nur Konsistenz, sie sind sehr vorsichtig, weil es könnten auch anorganische Verbindungen sein oder ein Gemisch anorganischer Verbindungen, die dann doch irgendwie fluoreszieren. Aber es ist schon ein starker Hinweis, ja. Also, und dann ist es eben auch wirklich in diesem Flussdelta. Andersrum, wenn da nichts fluoreszieren würde, dann gäbe es, das wäre ein sicherer Hinweis, dass es kein Leben auf dem Mars gegeben hat. Und damit das nicht alles gleich aussieht, hier ist eine andere Probe von Thornton Gap, das ist auch in der Nähe dieser Ablagerung im Delta, aber ein bisschen weiter weg. Und da sieht es ganz anders aus und hier schreiben sie One distinct fluorescent P consistent with aromatic organics. Die Spektren sehen also alle an verschiedenen Bohrungen unterschiedlich aus, sind ja nicht alle dieselben, das ist schon mal gut, ja. Man will ja unterschiedliche Signale haben. Insbesondere, wenn man weiß, jetzt bin ich in einem Bereich vom basaltischen Gestein, da sollte ja mal tun, ist keine Fluoreszenz auftreten. Das ist ja eher dann tot, ja. Und das ist auch so. Gut, also das sind die Hinweise, die wir haben. Besser ging es nicht. Jede wirklich vollständigere Analyse, die über diese breiten Peaks, die der Fluoreszenz hinausgeht, erfordert es, dass wir die Proben zurück zur Erde bringen und dort analysieren oder eben vor Ort eben ein Labor aufbauen, um wirklich sicher sein zu können. Aber das sind schon tolle Sachen, ja. Ja, vielleicht zum Schluss. Also, Wahrscheinlichkeit 80, 90 Prozent, dass in der Frühphase des Mars parallel zur Erde frühes Leben entstanden ist. Und das ist sicher einzellig oder noch kleiner. Ja, was noch kleiner heißt, will ich jetzt kurz erklären. Also, wonach müssen wir denn überhaupt suchen? Wenn wir nach Lebensspuren suchen würden auf der Erde vor 4000 Millionen Jahren. Und die frühesten Indizien für die Existenz von Leben auf der Erde, also die ältesten Fossilien, die sind natürlich versteinert, da ist ja kaum noch was Organisches drin. Das sind hier zunächst mal diese, wo steht denn der Name, Stromatoliten. Ja, da oben links steht es. Stromatoliten, das sind koloniebildende Bakterien, die bilden so Biofilme und im Laufe der Zeit schichten sie ähnlich wie Korallen ein Biofilm über den anderen, sodass so eine Vielschicht-Sendwichtstruktur entsteht. Die versteinert dann, besteht dann aus rein Mineralien, da ist gar nichts oder fast nichts Organisches mehr drin, aber man kriegt diese Schichtstrukturen. Und die sehen ganz charakteristisch aus. Und wenn man die als Fossil im Gestein findet, also dann Fossilien, die offenbar, das am Strand, die wachsen am Strand, also in flachen Gewässern, dann ist das ein Hinweis auf Leben. Denn man weiß, dass diese, so wie Korallen, das ist ja auch kalkt, wenn die absterben, ist es vollkommen anorganisch, aber die Strukturen von diesen Korallen sind ja klar, das müssen Lebewesen erzeugt haben. Und so ist es mit diesen Stromatoliten. Und sie finden hier welche, das kann man datieren, das Gestein, was diese Zeichen hat, die sind 3.700 Millionen Jahre alt. Das würde also fast hinhauen. Also bei Mars wäre das das Ende dieser Phase, wo er dann einigermaßen feucht und warm war. Ja, das passt also. Und das heißt, wir müssen nach sowas suchen, was ähnlich wie unsere Stromatoliten ist. Das sind aber Bakterien, die kann man nur deswegen identifizieren, weil sie diese Biofilme produzieren. Und die Biofilme, das sind eben hier solche, das sind Sandsteine, wenn ich das richtig sehe. Das ist wieder in Nature hier von 2016. Und das sind mit die ältesten Fossilien der Erde hier, diese Stromatoliten. Und was man hier sieht, sind eigentlich nur im Querschnitt des versteinerten Materials hier solche Strukturen. Man sieht sie hier und hier unten ist es nachgezeichnet. Und sie glauben, dass diese Hügel wie dieser hier oder auch der merkwürdig geformte hier links, dass das typische Strukturen sind, Schichtstrukturen von Stromatoliten. Und sie können das Gestein datieren und das ist eben 3000, was hat man gerade gesagt, ich gehe nochmal zurück, 3700 Millionen Jahre alt. Also 4,6 Milliarden Jahre ist ja das Alter der Erde. Es hat also schon einige, mehrere hundert Millionen Jahre gedauert, bis die Erde und auch der Mars dann aus dieser rot-grünen Lavakugel sich in irgendwas Bewohnbares umgewandelt haben. Und dann hat es eben schon lange gedauert, dass überhaupt Leben entstand. Aber das sind ja Bakterien, Stromatoliten. Also und das sind Einzeller, die sind schon super kompliziert aufgebaut. Die haben eine Zellwand, die haben eine DNA, eine RNA und Organellen. Die können ja nicht aus dem Nichts entstanden sein. Das heißt, die Stromatoliten, die Bakterien, die dafür verantwortlich sind, dass es Stromatoliten gibt, sind ja selber das Endprodukt oder sagen wir Zwischenprodukt einer langen Evolution, wenn es wirklich aus anorganischen Materialien entstanden sein sollte, das Leben. Und das ist der Ausgangspunkt der Naturwissenschaft. Ja, also das ist schon, es muss früher angefangen haben, mit noch einfacheren Lebewesen, die noch schwerer zu finden sind. Ja, und dann gibt es hier eine ganz neue Publikation. Ah, da habe ich jetzt nur das Bild genommen. Hier ist das Alter 3,77 Milliarden Jahre, also auch nicht viel mehr. Wir waren gerade bei 3,7, jetzt sind wir bei 3,77, also fast 3,8 Milliarden Jahre. Und hier gibt es diese Röhren. Auch hier, das ist ein Sediment oder eine Ablagerung in der Nähe eines schwarzen Rauchers, also wie Lost City im Atlantik, so heißt das Ding, glaube ich. Da kommt also heißes Wasser aus dem Meeresboden, vulkanischen Ursprungs raus und da drin sind ganz viele Gase und alles Mögliche gelöst und auch viele Sedimente und Salze und so. Und in der Nähe dieser schwarzen Raucher sind günstige Bedingungen für die Entstehung des Lebens, meint man. Und das ist so ein Sedimentgestein, was ich eben, also Kalkablagerung, ja, ist also so ein bisschen durchsichtig. Und da gibt es diese Röhren da drin. Und diese Röhren, das sind jetzt wieder ganz andere Bakterien, aber man meint, dass diese Röhren, die sind nicht natürlichen anorganischen Ursprungs, sondern Bakterien haben diese Röhren hier angefertigt. Das ist also wieder mikroskopisches Leben. Da muss man sehr genau hingucken, dass man das überhaupt findet, was diese Strukturen, die versteinert sind, da ist nichts Organisches mehr drin, die versteinert sind, erzeugt haben. Hier erkennt man also frühes Leben nicht etwa an organischen Verbindungen, die da noch drin sind, sondern daran, dass es im Gestein seltsame Formen gibt, mit anorganischen Verbindungen alleine. Ja, da würde es jetzt also nichts helfen, auf dem Mars nur nach organischen Verbindungen zu suchen, die sind vielleicht lange verschwunden, sondern man müsste eigentlich nach solchen Strukturen suchen. Aber da braucht man ein Elektronenmikroskop. Ja, das sind mit die Hälte, kann man das lesen hier in Astrobiology wieder von der NASA. Da haben wir solche Strukturen, also frühes Leben. Aber älter als 3,8 Milliarden Jahre oder 3,77 habe ich jetzt nicht gefunden. Wobei hier ein Riesenfehler ist, das ist die minimale Zeit. Möglicherweise sind diese Strukturen aber auch 4.000 Millionen Jahre älter. Von dem Fehlerbalken her kann man das nicht genauer bestimmen. Ja, und es ist so, dass also das Leben sehr lange Zeit einzellig war. Und davor war es nullzellig. Das heißt, es gab eine Evolution, bevor es Einzeller gab. Und das hier ist so ein heutiger, moderner Stammbaum des Lebens. Und alles Leben ist, so die Meinung der Biologen, von einem Last Universal Common Ancaster gekommen. Also von einem ersten gemeinsamen, frühen Vorfahren. Und was das war, weiß man nicht. Aber man ist sich ziemlich sicher, jedenfalls nach dem, was die Evolutionsbiologen so überlegen, dass es wirklich ein einziges, also nicht wirklich nur eins, sondern eine Gattung, eine Art Lebewesen gab, aus dem die ganze Vielfalt der Lebewesen entstanden ist. Da gab es dann sofort Verzweigungen hier zu den Bakterien. Hier die Tiere, das sind wir. Also wir gehören ja auch zu den Tieren, gleich neben den Pilzen und den Schleimpilzen. Und hier gibt es dann noch andere Sorten, wo ich überhaupt nicht weiß, was es eigentlich ist. Aber alles ist aus diesem Luca entstanden. Und was der Luca war, hatte der schon eine Zellwand und sowas alles. Das wissen wir nicht. Aber es muss irgendeine ganz super einfache, ganz frühe Form von Leben gegeben haben. Und das war möglicherweise molekulares Leben. Also gar nicht mehr eine Zellwand, sondern vielleicht in der Pore vom Gestein. Und möglicherweise auch einen ganz einfachen Stoffwechsel. Aber die Fähigkeit, sich selbst zu kopieren. Also Stichwort Autokatalyse. Und da sind wir im Übergang von der Biologie in der Zeit rückwärtsgehend in die Chemie. Ein Molekül, was sich selber vervielfältigen kann. Und das wäre möglicherweise, also ein Ansatz wäre so eine ganz frühe mRNA. Aber da sind wir mal Molekülen. Und die können wir auf dem Mars mit den Methoden, die wir haben, nun gar nicht nachweisen. Also immerhin eine RNA ist ja immerhin noch so ein biologisches Polymer, also ein Kettenmolekül. Ja, und wenn wir in die präbiotische Evolution gehen, also in den Übergang zwischen anorganisch und organisch, wenn sich das wirklich entwickelt hat aus anorganischen Substanzen, das Leben, dann ist das erkennbar an frühen Molekülen. Also nicht früh, aber an einfachen Molekülen. Also den Bausteinen des Lebens. Und man nennt das die präbiotische oder chemische Evolution. Da gibt es auch eine Seite auf Wikipedia. Die präbiotische Entstehung der komplexen organischen Moleküle kann in drei Schritte unterteilt werden. Nach allem, was wir heute wissen. Und das ist nicht viel. Entstehung einfacher organischer Moleküle. Also die muss es dann erstmal geben, im Gestein oder im Wasser. Nämlich Alkohole, Säuren, Heterozyklen wie Purine und Pyrimidine. Also das sind einfache, fast schon organische Verbindungen. Die müssen aus anorganischen Stoffen entstehen. Das heißt, wenn wir solche einfachen Moleküle auf dem Mars finden, dann ist das eine notwendige Voraussetzung, dass sich überhaupt Leben entwickeln konnte. Und die haben wir gefunden. Nicht diese, die hier genannt sind, sondern diese, ich hatte sie es ja genannt, aber immerhin. Und dann geht es weiter. Entstehung der Grundbausteine aus diesen grundanorganischen Stoffen. Einfachzucker, Aminosäuren, Pyrole, Fettsäuren, Nukleotide. Komplexe organische Moleküle aus einfachen organischen Molekülen. Das ist also eine präbiotische Evolution der Moleküle. Die Moleküle durchlaufen eine Evolution. Entstehung der komplexen organischen Moleküle aus den Grundbausteinen. Ja, also möglicherweise geschah das eben vor ungefähr 4000 Millionen Jahren. Und dann müssen wir auf dem Mars nach sowas gucken. Oder der Mars hat es geschafft, wie die Erde vielleicht vor 4000 Millionen Jahren oder 3,7, 3,8 Millionen Jahren am Ende der Phase, wo der Mars noch feucht und warm war. Er hat es geschafft, wenigstens Bakterienleben hervorzubringen. Und da müsste man vielleicht solche Röhren oder Schichten von Stromatoliten finden. Dann könnte man also nach solchen Fossilien schauen. Aber eine Grundidee ist eben genau, was eben auch gemacht wurde, nach diesen komplexeren, also einfacheren organischen Molekülen zu schauen, ob die vielleicht die 4000 Millionen Jahre überlebt haben und vorher überhaupt schon mal da waren. Und ja, das sieht so aus. Es sieht so aus, als wären sie da gewesen. Punkt 1 ist möglicherweise für den Mars erfüllt gewesen vor 4000 Millionen Jahren. Und einige davon haben bis heute überlebt. Ja, also damit habe ich ein bisschen erläutert, wieso man nach diesen Molekülen sucht. Weil das frühe Leben war sowieso einzellig und ist sowieso gestorben und versteinert. Ja, also da wird man nur Mineralien finden oder eben Strukturen im Gestein, die so aussehen, als hätte da mal ein Bakterium gewohnt. Aber man kann eben nach diesen einfachen organischen Molekülen schauen. Und wenn man die findet, dann ist das ja nicht dies dafür, dass es Leben gegeben haben könnte. Wenn man sie nicht fände, dann war der Mars damals auch schon steril. Aber man hat sie gefunden. Zusammenfassung. Der Mars war vor vielleicht 4 Milliarden Jahren warm und feucht. Es gab Gewässer und vermutlich auch Meere. Es gab Hinweise, dass sich dort frühes Leben entwickelt hat. Es gibt Hinweise, dass sich dort frühes Leben entwickelt hat. Also genau diese Einzeller, also mikrobiologisch oder Bakterien. Da bleiben aber Fragen, zumindest in meinem Kopf. Warum war der Mars damals warm und feucht? Die Sonne war schwächer und der Mars ist einen Tick weiter draußen als die Erde. Die Sonne war 10, 20 Prozent schwächer in der Leuchtkraft. Wie kann dieser Planet so warm gewesen sein? Also da habe ich jetzt keine Antwort drauf gefunden. Vielleicht gibt es da Publikationen drüber. Ich habe das nicht recherchiert. Es muss irgendeinen Grund dafür geben, dass er zumindest in bestimmten Phasen so warm gewesen sein muss. Aber wenn er so warm war, dann muss die Erde ja viel wärmer gewesen sein. Denn sie waren näher dran. Vielleicht sind die Planetenbahnen am Anfang nicht so stabil gewesen. Und er war nicht so weit draußen am Anfang, ist weiter raus migriert. Der Planet selber hat also einen Abstand von der Sonne geändert. Oder die Marsachse, die Rotationsachse ist komplett gekippt, sodass also für ein ganzes Erdjahr eine Hälfte beleuchtet wurde. Das war also ein ganz langer Tag. Irgendwie sowas. Oder eben ein sehr starker Treibhauseffekt. Aber den hatte die Erde eigentlich auch mit sehr viel CO2 in der Atmosphäre. Also da habe ich jetzt keine Antwort drauf, wieso der so warm und feucht war, wo er doch so weit draußen ist. Und dann die Frage, wenn das jetzt stimmt, und das sind ja doch starke Hinweise auf die Existenz frühen Lebens auf dem Mars, dann ist das Universum voller Leben. Es gibt überall Planeten. Das ist klar, das wissen wir inzwischen. Also da, wo die Sterne nah genug dran sind, findet man bei jedem zweiten Stern oder vielleicht sogar bei noch mehr, findet man Planeten. Die Gasriesen sind nachgewiesen, haufenweise. Die kleineren Gesteinsplaneten sind sehr viel schwerer nachzuweisen. Aber wahrscheinlich hat jedes Sonnensystem ungefähr die Struktur wie unser Sonnensystem. Draußen sind die Gasriesen und drinnen sind die Gesteinsplaneten. Und dann ist das Universum für die Gesteinsplaneten im einigermaßen richtigen Abstand, ist voller Leben. Das bedeutet das, wenn auf dem Mars Leben gefunden wird. Und wir haben starke Hinweise, dass sich auch auf dem Mars Leben entwickelt hat. Und das ist schon doll. Gut, aber wir wollten eigentlich zum Ende der Welt reisen und sind schon bei dem nächsten Nachbarn, bei unserem Planetennachbarn Mars hängen geblieben. Und haben ganz aufregende Fragestellungen, auch jede Menge Rätsel, aber auch Antworten, erste Antworten gefunden. Und nächstes Mal geht es weiter zu Venus. Ich glaube nicht, dass ich über die Venus vier Folgen machen werde. Das ist wirklich eine Hitzehölle. Aber der Mars, der war jedenfalls super aufregend. Hier wieder meine Seite hier, www.gante.de Da könnt ihr über mich auch ein bisschen was rausfinden. Muss ich auch mal wieder updaten. Ja, ansonsten, ja, vielen Dank für diesmal. Und die nächste Folge ist über die Venus.